Willkommen zu einem neuen Video, diesmal ganz normal. Modern Warfare 2, was ist das? Ein Deathmatch mit der neuen Waffe. Es geht super los. Moment mal, was ist das? Ein Glück nehme ich das auf. Ja, irgendwie. Oh, die Waffe ist scheiße. Ja gut, sie ist ja auch Level 1, ich hab die ja gerade erst bekommen. Geile Sache. Ist aber komisch, was das da für Grafikglitches sind. Oh fuck. Oh. Was? Wie? Ah, er stand sehr weit oben. Oh, war das schlecht. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Ach, das Geschütz. Stimmt ja, ist ja auch noch da. Der Magazinwechsel sieht auch wunderschön aus. Ah, nein. Was? Das wird immer besser. Level 3 ist das Ding schon. Muss mal gleich gucken, was ich da abblüben kann. Da hockt er auf dem Dach. Oh, ich hab da noch eh gedrückt. Aber er hat das Messer nur rausgeholt, glaube ich. Und noch nicht geworfen gehabt. So nicht. Was legt er sich denn immer hin? Glaubt denn ja, wie oft das funktioniert. So, die Visier, das wird schon mal was Feines. Unterlauf. Oh, in der Ecke. Ey, das ist so räudig, ne? Legt die doch nie immer hin. Hä? Das geht schon mal super los. Aber ist egal. Ui, 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 ui. Was war denn mit dir? Ui, scheiße. Oh, nein. Das ist meine letzte Aufgabe. Operator Kopfschüsse. Wow. Oh. Ich hab's vertauscht. Wir schreien hier alle Arschloch. Was ist mit dem? Ich hab's mit. Abschuss bestätigt. Du sammelst hier nix ein. Abschuss bestätigt. Er ist tot. Oh, richtig schön. Auf mich zugeschlittert, alter. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Nein. Oh. Alter. 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 das war aber aus meiner sicht nicht so erster wunderschön ich hab die laser abgenommen und ein visier aufgemacht ist das geil das ist so dumm vor allem woher kommt denn der visier schlitten ich weiß jetzt nicht wie das ding heißt aber ist bestimmt was ich meine da war vorher keiner umkämpft geschützt in der stellung ich hab nicht mehr eingesehen die spawnpunkte sind zu geil beste karte treffen musst du nur also ich weiß jetzt nicht das ist jetzt hier eine waffe wie jede andere hier hat er sich nicht selbst umgebracht er mit seinem raketen der höhmer als optischen nachgeladen hat schade man sieht nicht mal dass sie die letzten verkackt habe schön habe ihn noch bekommen ich habe zweimal gewechselt scheiße irgendwie verstecken die sich jetzt alle als ob er die noch nicht geworfen hatte geil also die waffe ist ganz in ordnung sie schießt ziemlich genau der schaden ist moderat würde ich mal sagen und die geschwindigkeit ist auch ganz in ordnung vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten video absolut ey